In diesem Video zeigen wir dir einige Beispiele, wie unterschiedlich die Objektiv- und Kameragrößen sein können. Hier siehst du den Größenunterschied zwischen der Vollformat Nikon D800E gegen die spiegellose OM-D E-M1 von Olympus. Maßgeblich liegt der Größenunterschied an den Aufnahmesensoren. Der Sensor der E-M1 besitzt nur ein Viertel der Fläche des Sensors der Nikon. Außerdem besitzt die Olympus keinen Spiegelkasten. In diesem Beispiel siehst du den Unterschied der Größe zwei Objektive, die nahezu den gleichen Brennweitenbereich abdecken. Beide Objektive sind zudem für einen Vierdrittel-Zoll-Sensor konzipiert. Der Unterschied liegt darin, dass das größere Objektiv für eine Spiegelreflex und das kleinere Objektiv für eine spiegellose Systemkamera vorgesehen sind. Auch bei den beiden Makroobjektiven ist dieser Unterschied deutlich zu erkennen. Untertitelung des ZDF-Titels